Hallo zusammen, heute geht es weiter mit dem Swadhisthana Chakra, dem zweiten Chakra in unserer Chakra Reihe. Willkommen bei Simpli Hatha mit Gaby. Das Swadhisthana Chakra, auch Sakralchakra genannt, ist am unteren Ende der Wirbelsäule auf Höhe des Kreuzbeins. Das Feld der Chetram liegt im Bereich des Schambeins. Das Element ist Wasser, weites Meer, fließend und klar. Seine Farbe ist orange, das Bija Mantra ist warm. Das Swadhisthana Chakra ist das Chakra, in dem sich die Sinnlichkeit entfaltet. Es ist mit Sexualität, Erotik sowie mit Beziehungen und Eifersucht verbunden. Man sucht Sinnesbefreiung und Lust in äußeren Dingen. In Swadhisthana ruht das Unterbewusste, das tief Verwurzelte, unsere Instinkte. In diesem Chakra wohnt das Potenzial der Kreativität, der schöpferischen Lebensenergie und der Begeisterungsfähigkeit. Als kleine Affirmation für diese Yoga-Einheit kannst du dir, ich bin kreativ in meinem Leben vorstellen. Und nun lass uns beginnen. Setze dich im kreuzbeinigen Sitz auf deine Matte ab. Vielleicht möchtest du etwas erhöht sitzen, indem du einen Block oder eine zusammengefaltete Decke unter dein Gesäß legst. Bringe deine Hände in Jin Mudra auf deine Oberschenkel oder Knie. Spanne deine Wirbelsäule auf und komme erst mal an hier auf deiner Matte. Schließe deine Augen. Spüre deinen Atem. Spüre in dein Becken hinein. Stelle es dir vor wie eine Schale, gefüllt mit klarem, ruhigem Wasser. Dann verlasse die Vorstellung der Schale und wir begeben uns in unsere erste Asana, die wir mit einer kleinen Pranayama-Atemübung verbinden werden. Löse deinen kreuzbeinigen Sitz. Schüttel deine Beine ein bisschen aus, dein Becken. Fasse ein Bein und lege dich behutsam auf den Rücken. Komm in die Schmetterlingsposition, lege deine Fußsohlen zusammen und lasse deine Knie hängen. Lege deine Hände auf deinen unteren Bauch und visualisiere noch einmal deinen Beckenraum, dein Kreuzbeinbereich, deine Hüftgelenke, dein Schambein, der Sitz von Svadhisthana Chakra. Dann löse deine Hände, bringe deine Arme gestreckt nach oben hinter deinen Kopf, bis deine Hände den Boden erreichen. Und dann bringe sie wieder neben deinen Körper. Begleite dies mit deiner Atmung. Die Arme nach hinten, atme ein. Und wieder nach vorne zurückholen, ausatmen. Zurück einatmen. Und wieder nach vorne, neben den Körper, ausatmen. So, weiter. Atme ein. Und ausatmen. Einatmen. Ausatmen. Ausatmen. Einatmen. Ausatmen. 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 Dein letztes Mal. Atme ein. Ausatmen und lege die Hände wieder auf deinen unteren Bauch und spüre erneut in deinen Beckenraum hinein. Lasse deinen Atem natürlich fließen. Gut. Dann schließe langsam deine Knie, fasse dir einen Oberschenkel oder komme über die Seite in den Sitz. Für Dandasana, die Stockposition, strecke deine Beine nach vorne. Ziehe deine Fußspitzen an, strecke deinen Rücken, sodass dein Becken auf jeden Fall aufrecht steht. Und stelle erst einmal die Hände, die Fingerkuppen hinter dir am Boden auf. Spüre dich vom unteren Ende deines Steißbeins bis zum hinteren Punkt deiner Scheitelkrone wie ein Stock. Ganz gerade. Nimm hier einen bewussten Atemzug. Und von hier aus kommen wir in eine Vorbeuge, in die Kopf-Knie-Stellung. Paschimottanasana. Löse deine Hände. Bringe mit der Einatmung die Arme über die Seite nach oben. Und mit der Ausatmung neigst du deinen Oberkörper nach vorne. Lasse deine Hände sinken. Wo sie ankommen, kommen sie an. Das kann an den Füßen sein, an den Fußgelenken, an den Knien, wo auch immer. Du kannst hier wählen, ob du deinen Rücken runden und entspannen möchtest, deinen Kopf hängen lassen möchtest, oder ob du eher deinen Rücken strecken möchtest und deine Halswirbelsäule in Verlängerung der restlichen Wirbelsäule lassen möchtest. Gut, dann komme ganz langsam wieder nach oben mit deinem Oberkörper. Und für eine weitere Vorbeuge, bringe deine Beine in eine weite Grätsche. Upavista Konasana. Die gegrätschte Vorbeuge. Krabbel nun mit deinen Händen, soweit es dir möglich ist, nach vorne. Lasse deine Fußspitzen geflext nach oben schauen. Und wähle auch hier wieder deine Variante mit einem gerundeten Rücken oder eher einer Streckung. Stütze dich auf deine Hände. Atme. Spüre in deinen Beckenbereich hinein. Gut, dann richte dich ganz langsam wieder nach oben auf. Stelle deine Füße auf, bringe die Knie nacheinander zur Mitte. Ein bisschen lösen. Und dann setze dich wieder in den kreuzbeinigen Sitz. Lege deine Hände kurz in deinen Schoß, die starke Hand in die schwache. Schließe deine Augen. Und lenke deine Aufmerksamkeit wieder zu Svadhisthana. Stell dir dort die Farbe Orange vor. Du kannst deinen Blick mit geschlossenen Augen von innen zu deinem dritten Auge schicken. Und wiederhole im Geiste ein paar Mal das Mantra Vam. Gut. Dann löse deinen Sitz wieder auf und komm in den Vierfüßlerstand. Katze, Kuh. Stelle dir auch hierfür wieder in deinem Becken eine Schale mit Wasser vor. Eine schwebende Schale. Die Wasseroberfläche ist ruhig und glatt. Für die Katze runde nun deinen Rücken. Und für die Kuh drücke deinen Rücken durch. Katze, Rücken rund. Die Kuh, Rücken durchdrücken. Stelle dir vor, wie du deine Wasserschale im Becken balancierst. Das klare Wasser trotz deiner Beckenbewegung ruhig und im Gleichgewicht bleibt. Dass wir die Bewegung durch deine Atmung begleiten. Und noch eine Runde. Und noch eine Runde. Dann richte dich langsam wieder auf und komme in den Sitz. Für das Kuhgesicht, Komukasana, bringe nun das rechte Bein über dein linkes. Und das linke Bein anwinkeln, so dass möglichst deine Knie übereinander liegen. Deine Füße zeigen rechts und links nach außen, so dass deine Beine von oben aussehen wie ein Kuhgesicht. Wir machen dazu die Adlerarme, Garudasana. Hole dafür den linken Arm nach vorne und den rechten Arm darunter, so dass deine Oberarme überkreuzt sind. Verschlinge deine Unterarme, vielleicht kommen deine Handflächen zueinander oder auch die Handrücken. Strecke deine Wirbelsäule auf, ziehe deine Schultern tief, deine Ellen nach oben. Schließe deine Augen und spüre. Dann löse die Adlerarme wieder auf und wir kommen in eine gedrehte Variante. Drehe nun deinen Oberkörper zu deiner rechten Seite, stelle die rechte Hand hinter dir auf den Boden, den linken Arm gestreckt gegen die Außenseite deines rechten Beines. Spanne deine Wirbelsäule auf, achte darauf, dass beide Gesäßknochen auf dem Boden sitzen. Atme hier in diese Rotation hinein. Hier visualisiere immer wieder dein Sakral Chakra. Die Farbe Orange. Und komm mal wieder zur Mitte. Wir wechseln die Seite. Löse deine Beine. Und schlage dann das linke Bein über dein rechtes. Und winkel dein rechtes Bein ebenfalls an. Du kannst es natürlich auch gestreckt lassen. Wenn es deine Flexibilität nicht zulässt. Achte darauf, dass beide Gesäßknochen am Boden sitzen. Und wir kommen wieder zu den Adlerarmen. Stelle hier für deinen rechten Arm nach vorne, den linken darunter. Verknoten wieder deine Unterarme. Handrücken zueinander oder Handflächen. Schultern tief, Elle hoch. Spüre dich. Deine Kreativität. Gut, dann löse die Adlerarme wieder auf. Wir kommen wieder in die Rotation. Drehe deinen Oberkörper nun nach links. Linke Hand steht hinter dir. Rechten Arm gegen dein linkes Knie. Spüre wieder Länge. Und deinem Steißbein bis zum Scheitel. Spüre, wie sich die Energie auf feimstofflichem Wege aus deinem Beckenraum zu den oberen Chakren ausweiten kann. Und dann löse wieder auf. Komme zur Mitte. Löse deine Beine. Schüttel sie kurz aus nach vorne. Und dann komme ich in den kreuzbeinigen Sitz. Schließe deine Augen. Bring mit der Einatmung die Arme über die Seite nach oben. Die Hände oben in die Gebetshaltung. Anstelle die Moda. Und mit der Ausatmung senke die Hände vor dein Herz. Bleibe hier. Die Daumen berühren. Deinen Herzraum. Schließe deine Augen. Und sage dir innerlich. Ich bin kreativ in meinem Leben. Schenke dir ein Lächeln. Und so sage ich für heute Namaste.